Druck ist ein Privileg. Das muss man sich verdienen. Und damit herzlich willkommen bei der Nummer 1. Herzlich willkommen beim Original. Herzlich willkommen bei den Body Street Summits 2024. Hey, weit über 200 Teilnehmer. Was da an Content und Energie geflossen ist. Ich nehme mit nach Hause einen großartigen Austausch, geile Energie, coole Partner, coole Best Practice. Wir haben wieder was mitnehmen können und wir wissen, wir sind vorhin dabei. This is the second time I've been to a Body Street Summit and I find that they're very good for motivating and networking. And they give you the energy for the rest of the year. Body! Dream! Body! Dream! Die letzte Rede vom Jascha, die war sehr berührend. Mein Highlight heute war der Idai. Der hat nochmal alle Grenzen gesprengt, die ich im Kopf hatte.